Seid ihr bereit für das morgige, beziehungsweise heutige Splatfest? Ich hoffe es für euch, denn es ist sowieso das letzte Splatfest. Und zwar sind es Aioli oder Limon, beziehungsweise in denjenigen Teams. Und von euch möchte ich gerne wissen, wenn einer mal was in den Kommentaren schreiben würde, für welchen ihr genommen habt. Entweder Aioli oder Limon, das wäre schön. Und wieso auch mit der entsprechenden Begründung, wenn ihr wollt. Ich habe Aioli genommen, weil sie gibt denen so einen gewissen Kick und sie ist so übelst gut drauf und sehr gut gelaunt und so. Aber irgendwie Limon, ich habe nichts gegen Limon. Aber sie sieht irgendwie so eher alles gelassen, irgendwie. Ja, gut erklärt oder nicht, machen wir einfach weiter. Ich werde es so machen, da es sowieso das letzte Splatfest ist, werde ich so zwei, drei Videos rausbringen, wenn ich es nicht vergesse, aufnehmen, ja. Hochladen dann noch in den Splatfest noch mal schauen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, damit ihr schon mal Bescheid wisst, so zwei, drei Videos, denke ich mal locker, wird es auf jeden Fall gegeben. Weil es ist sowieso das letzte Splatfest und das kann man sich ja mal geben. Und ja, das war's von meinerseits. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim letzten Splatfest. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.